ARD Text im Auftrag von Funk Bist du dabei? Ja, ich bin dabei. Wirklich? Ja, natürlich bin ich dabei. Bist du wirklich so? So was von dabei. Was machst du denn? Ich will nicht, dass man uns findet. Was sollen sie uns finden? Ich hab Angst. Nicht schon wieder. Ja. Mann, du musst doch mal die Dinge durchziehen, die du angefangen hast. Hey, wie meinst du das? Du bist ein freiges Wohnen. Bin ich nicht. Hey, du machst eine Szene. Du machst eine Szene. Du hast doch auch Angst. Ja. Davor ist nichts zu tun. Wir haben nur eine Chance. Aufwachen. Blaubeermuffin. Aber hast du schon alles gesehen? Irgendwo da draußen gibt es eine Version von uns, die hat schon alles gesehen. Alles passiert gleichzeitig. Polarlichter. Mondreisen. Brrrr. 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 Darf noch was sein? Kein Zurück. Kein Zurück. Hey! Komm zurück! Hey! Komm zurück! Hey! 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 wir. du bist ein In der Umlaufbahn, dein Blick so dangerous, gar mal strahlen Wir beide high, schweben überm Boden, auf unserer Haut Zehntausend durch die Oden, Laserpistole steckt noch im Holster Die Raumkapsel wurde frisch gepolstert Unser Planet geht, grad vor die Hunde Ich nehm dich mit auf eine extra Runde Sechs auf den Mond, wir beide wieder mal auf uns Yeah Kollision, Kollision im galaktischen Sturm Wir haben frisch auf den Mond, wir beide wieder mal auf uns Yeah Detonation, Eruption im kosmischen Strom Ah 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence Start 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Liftoff Sechs auf den Mond, wir beide wieder mal auf uns Yeah Kollision, Kollision im galaktischen Sturm Wir haben frisch auf den Mond, wir beide wieder mal auf uns Oh yeah Oh yeah Detonation, Detonation, Eruption im kosmischen Strom Sechs auf den Mond Und dann haben wir dann fest und dann haben wir irgendwie ganz nie Und dann haben wir mehr Vollräume Und dann haben wir den Mond Vichوت Was ist der Mond Die的时候 Für den Mond Untertitelung des ZDF, 2020